Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Das soll ein Ergänzungsvideo sein zu dem Atari Cartridge Video, was ich vor einiger Zeit mal gemacht habe, wo ich das Ultimate Card und hier das AVG Card besprochen habe. Ich gehe auf die beiden nicht mehr groß ein jetzt, aber ich erkläre kurz nochmal, was es ist. Und in diesem Video soll es eigentlich gehen um das A8 Pico Card oder A8 Pico Card. Das ist dieses hier oder das ist eine Variante davon, sagen wir mal. Und ich erkläre kurz, was das ist und zeige das kurz. Das wird kein sehr langes Video, aber das Ding ist im Moment relativ beliebt, weil es relativ neu raus ist. Und ich wollte es einfach mal kurz vorstellen, damit man mal einen Überblick hat, auch im Vergleich zu den anderen Dingern, was das eigentlich ist und was das kann und wo die Vorteile und vielleicht auch die Nachteile sind. Genau, dann kurz vielleicht nehmen wir das nochmal zur Seite, nehmen wir mal auf diese beiden nochmal ein. Wie gesagt, da gibt es dieses extra Video zu, was ich unten verlinke, aber ich mache es hier auch nochmal kurz. Also das sind so Cartridge-Lösungen für den Atari. Mit denen kann man hier von SD-Karte dann Programme für den Atari auf dem Atari laden. Also in dem Fall hier ist es das Ultimate Card. Das kann umgehen mit ausführbaren Dateien, also diese XEX-Dateien. Und es kann umgehen mit Cartridge-Images. Und das AVG-Card hatte ich auch schon vorgestellt. Das ist ein bisschen mächtiger. Das kann, zumindest wenn man diesen Adapter hier noch da dran hat, ansonsten kann es das nur eingeschränkt, aber hiermit kann es das uneingeschränkt, kann es auch Disketten-Images laden. Also so wie zum Beispiel das S5 Max das auch kann. Und es kann eben auch diese XEX-Dateien, es kann ROM-Cartridges, es stellt hier mit diesem Adapter hier noch eine Speichererweiterung zur Verfügung und es hat hier oben auch diese SD-Karte drin. Es gibt das mittlerweile als Subcard. Dann ist es ein bisschen aufgepumpter, ist aber meiner Meinung nach im Wesentlichen dasselbe. Also wenn man jetzt das AVG-Card hat hier, dann braucht man nicht das Subcard. Da ist die Speichererweiterung ein bisschen einfacher oder ein bisschen mächtiger, ein bisschen größer auch noch, aber eigentlich braucht man es nicht wirklich, wenn man das hier schon hat. Vielleicht kurz als Ergänzung zu dem anderen Video dazu. Mittlerweile gibt es eine neue Firmware dafür und man kann über die 320 KB Speichererweiterung hinausgehen bis auf 1 MB. Das ist ein bisschen eingeschränkt, aber es reicht, um diese 1 MB Sachen zu starten. Hier gibt es nur, ich glaube, ich habe eine Demo dafür oder sowas. Also das kann man damit machen. Also es ist halt, wie gesagt, für ausführbare Programme, für ROM-Images, für Disk-Images und als Speichererweiterung fungiert es. Und es hat auch sonst so einige lustige Features und das tun wir jetzt mal zur Seite, weil eigentlich ist es ein unfairer Vergleich. Eigentlich soll es mehr so um diese beiden hier gehen. Das ist das Ultimate Card, was ich in dem Video auch vorgestellt habe. Und das ist, wie gesagt, eingeschränkter. Das kann nur ROM-Images und eben diese Ausführbahndateien. Und Liti hier von dieser SD-Karte hat einen Button, um es zurückzusetzen. Und das ist die ganze Pracht an dem Ding. Ich bin nicht sicher, ob man das noch käuflich erwerben kann im Moment. Das ist hier schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist 2017 an sich erschienen, dieses Teil. Aber Gebrauch kriegt man sicherlich noch irgendwo her. Ja, und neu ist halt dieses A8 Pico oder A8 Pico. Und was das ist, ist, man kann es hier unten so ein bisschen sehen, das ist ein Open-Source-Projekt zum einen. Also das kann man hier jetzt nicht sehen, aber es ist ein Open-Source-Projekt. Und man kann sich das selber bauen. Ich habe mir das jetzt an der Stelle hier nicht selber gebaut, weil ich ehrlich gesagt zu faul war und lieber das Geld für ein fertiges Ding bezahlt habe. Das hat, glaube ich, so 35 Euro oder sowas gekostet mit Gehäuse und allem drum und dran. Aber man kann es sich, wie gesagt, auch selber bauen. Dann muss man sich diese Platine hier irgendwo herstellen lassen. Und dann kommt da, wie der Name schon vermuten lässt, kann man das sehen. Ja, da ist der USB-C-Port. Da ist ein Raspberry Pi Pico drauf. Beziehungsweise ist es nicht. Das ist ein Raspberry Pi Pico-Clone. Da komme ich gleich nochmal drauf, warum das relevant ist. Aber im Wesentlichen ist es das. Also es ist kein sehr komplexer Aufbau. Und der Pico ist günstig, beziehungsweise dieser Klon ist günstig. Die Platinen kann man sich in China machen lassen. Das ist auch nicht so teuer. Gehäuse muss man sich irgendwie drucken oder man lässt es bleiben. Es ist, sicherlich kriegt man das für weniger als die 30 Euro hin, die ich jetzt bezahlt habe. Aber dann hat man eben den Bastelaufwand oder den Bastelspaß, je nachdem, wie man es sehen will. Genau, das ist das Ding. Also hier, wie gesagt, ich weiß gar nicht, auf was das basiert, aber jedenfalls kein Raspberry Pico. Und das ist jetzt das neue Ding hier mit dem Raspberry Pi Pico drin, beziehungsweise mit dem Klon. Und ansonsten sehr ähnlich. Man hat hier diesen Button, der hat genau die gleiche Funktion wie hier, nämlich ins Menü zurückzugehen. Ich zeige das Ding nachher nochmal im Einsatz, dann wird man es kurz sehen. Manche von denen haben hier unten auch noch einen Button. Ja, oder je nachdem, wo sie den hingelegt haben. Das ist der vom Raspberry Pi Pico. Damit kann man den quasi in so eine Art Update-Modus versetzen und kann dann die Firmware aktualisieren. Das hat der hier nicht. Das müsste man jetzt auseinandernehmen hier, um das dann zu machen. Aber ist, glaube ich, auch nicht nötig eigentlich. Die Firmware ist da ja drauf und läuft soweit. So, aber wenn man jetzt aufmerksam guckt, ich meine, das hier, der 3D-Druck, das sind beides 3D-gedruckte Gehäuse. Der ist sehr ähnlich. Hier sind Schrauben hier nicht, aber ansonsten, ja, da hat man hier zumindest in diesen Varianten das sehr ähnlich gehalten. Das ist ziemlich das Gleiche, mit ein bisschen Atari hier drauf und hier nicht, aber sei es drum. Aber dem aufmerksamen Betrachter wird auffallen, der hier hat SD-Karte. Das hat das Average-Karte ja auch. Aber das hier nicht. Ja, wo kriegt das seine Programme her? Naja, das kriegt die direkt aus dem Flash-Speicher des Pico. Und den erreicht man über diesen USB-C-Port da unten. Je nachdem, welche Variante man baut, das hier ist, glaube ich, die, die es auf GitHub gibt. Ich verlinke auch das Projekt unten. Sitzt der mal hier oder er sitzt auch ein bisschen woanders, aber ja, hier sitzt der halt hier. Da muss man mit dem USB-C-Stecker rein und kann dann die Programme direkt auf dem Pico spielen. Und da sind wir dann auch bei der Geschichte mit dem Pico-Clone. Wenn das jetzt ein original Raspberry Pi Pico wäre, hätte man zwei MW-Flash-Speicher für die Programme. Das ist nicht viel, aber so viel hat er halt nur. Dieser Klon hat immerhin 16 Megabyte. Und das ist meiner Ansicht nach der tatsächlich größte und einzige Pferdefuß im Vergleich zu diesem Gerät hier. Weil hier kann ich eine beliebige SD-Karte reintun. Hier ist jetzt eine 512er drin. Die bräuchte ich gar nicht in der Größe. Aber da sind, sage ich mal, alle Sicherheitskopien drauf, die ich habe für den Atari. Hier nicht, weil mit den 16 MB kriege ich die da nicht drauf. Also ich habe so Ordner, wo die reinsortiert sind. Und damit kriege ich A, B und C hier drauf. Der Rest vom Alphabet passt nicht mehr. Der würde auf eine SD-Karte passen, aber ist hier eben nicht. Man hat nur das, was der Pico an Speicher zur Verfügung stellt. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der einzige Nachteil gegenüber dem Ultimate Card. Ansonsten ist es sehr ähnlich. Ich stecke das jetzt mal rein und dann zeigen wir es mal von der Atari erstmal aus. Es kommt bei den Atari 8-Bildern halt hier hinten rein. Also bei den neueren, bei den anderen kommt es hier oben rein. So, und dann ist es da drin. Und dann machen wir die wieder an und dann zeige ich den Bildschirm kurz, jetzt ohne Capturing, einfach nur mal so auf die Schnelle. Ja, und so sieht dann das Menü aus. Man hat hier, also bei dem, was ich hier habe, waren so ein paar Spiele gleich drauf kopiert. Das sind diese hier. Ja, kann man runternehmen oder lassen. Ich habe es jetzt drauf gelassen. Und dann hat man so fürchterlich viele Möglichkeiten, hat man nicht. Man kann hier jetzt irgendwie in das Menü gehen und kann sich hier irgendwas aussuchen. Was weiß ich, hier ist auch nochmal Action Biker. Das hatten wir vorne auch. Nehmen wir mal Air Strike 2. Das klingt doch super. Enter. Und dann haben wir gleich eins erwischt, was nicht funktioniert. Gut, kann ich gleich zeigen, wie das mit dem Reset funktioniert. Man kann hier unten am Atari, das sieht man jetzt nicht, aber da ist der Reset-Button, den kann man drücken. Dann passiert aber nicht so fürchterlich viel. Man muss einmal hier drücken, also auf dem Cartridge, auf diesem Menü-Button und dann hier auf Reset. Ich weiß nicht, warum das Air Strike 2 eben nicht funktioniert. Ich würde sagen, das ist ein guter Test. Probieren wir es mal damit nachher nochmal aus, ob da irgendwie ein Kompatibilitätsproblem beherrscht. Ansonsten probieren wir hier mal Air Strike aus oder sowas. Das da. Vielleicht funktioniert das ja. Nö, das funktioniert auch nicht. Gut, vielleicht braucht er irgendwie irgendwas anderes. Keine Ahnung, nehmen wir irgendwas von C und machen wir hier California Gold. Gut, aber das funktioniert. Und das ist das. Die Text Adventure. Da habe ich natürlich jetzt ausgegangen, jetzt das Spannendste erwischt. Also wieder hier, Button auf dem Cartridge. Dann sieht das kurzzeitig so aus. Dann Reset. Dann sieht das wieder so aus. Jetzt nehmen wir mal irgendwas, was irgendwie nicht so blöde ist. Ball Blaster vielleicht. Ah, okay. Gut, das ist das Ding. Ja, naja, gut. Aber man sieht, es funktioniert. Im Normalfall. Ja, und das ist auch schon der ganze Zauber. Das ist das, was es macht. Das ist das, wofür es ist. Und man kann hier noch suchen. Das ist ganz nett. Also wenn wir jetzt hier, was weiß ich, Ball, dann findet ihr halt alles mit Ball. Das ist ein ganz cooles Feature, finde ich. Ich glaube, das hat das Ultimate Cart nicht, soweit ich weiß. Das ist ganz cool, weil gerade wenn man jetzt viele Programme da drauf hat, so wie ich das normalerweise habe, dann ist das ja ein Problem, die zu finden, auch wenn die in Ordnern sind. Hier, wie gesagt, eingeschränkt durch die 16 MB kann man gar nicht so viele Programme drauf machen, wie ich gerne würde. Genau, dann haben wir hier Crazy Ball, was auch immer das ist. Ja, das ist das. Und das ist es im Prinzip. Dann würde ich sagen, probieren wir hier nochmal kurz. Dann zeige ich das nochmal, damit man das auch mal im Vergleich gesehen. Und gucken wir mal, ob man da Airstrike starten kann. Also das Ding wieder raus. Das Ding rein. Und da haben wir das Ultimate Cart. Das sieht so aus. Kann man hier suchen? Ne, ich glaube, hier kann man tatsächlich nicht suchen. Okay, gut. Aber man sieht halt, man hat hier wesentlich mehr drauf. Also noch sieht man es nicht. Aber hier sieht man es halt. Hier ist das ganze Alphabet drin. Und dann gucken wir mal nach Airstrike. Nehmen wir hier Airstrike 2. Nö, funktioniert auch nicht. Okay, gut. Wahrscheinlich muss man dafür das Basic abschalten bei dem Ding oder sowas. Ansonsten ist es hier genau wie bei dem Anna. Man drückt diese Menü-Taste, drückt auf Reset und ist wieder im Menü. Ja, so sieht das Ultimate Cart aus. Dann schalte ich kurz zurück auf den Atari und dann kommen wir zu einem kurzen Fazit. Gut, und da ist der Atari wieder. Das Average Cartridge ist wieder drin. Weil das einfach mal eine bevorzugte Lösung ist, weil sie am meisten kann. Aber nichtsdestotrotz, um die hier soll es gehen. Beziehungsweise um das hier. Ja, das ist das A8 Pico oder A8 Pico Cartridge. Das ist günstig. Wenn man es sich selber baut, ist es auf jeden Fall noch günstiger. Ansonsten finde ich jetzt die 35 Euro für das fertig zusammengebaute Ding hier auch nicht gerade übermäßig teuer. Für das, was es ist. Das ist eben ein Vorteil. Weiterer Vorteil, finde ich tatsächlich, ist diese Suchfunktion. Das finde ich eine coole Lösung. Das habe ich bisher bei keinem dieser Dinger bisher gesehen, dass man da drin suchen kann. Das ging ja auch relativ schnell. Ja, also Preis und die Funktionalität mit dem Suchen finde ich gut. Wie gesagt, Disk Images kann es nicht, aber das kann das auch nicht. Also von daher ist das bei beiden eine Einschränkung, die sie halt haben. Wenn man das anders haben will, braucht man eben sowas oder das Subcard oder eben so ein S12 Max oder sowas. Ansonsten Nachteile sind für mich tatsächlich dieser 16 Megabyte Speicher. Das finde ich ein bisschen dürftig, weil ich eben die Tendenz habe, alles auf diese Dinger zu kloppen, was geht. Wer das nicht macht und da eine kuratierte Liste hat, wo er sagt, das sind die Sachen, die ich spiele. Der Rest interessiert mich nicht. Für den ist es egal. Also das muss jeder selber entscheiden. Ich bin da faul und kopiere einfach alles drauf und habe ich es zur Verfügung. Und gerade mit der Suchfunktion ist es dann ja eigentlich super praktisch. Aber hier, wie gesagt, reicht es nur für ABC und hier reicht es für das ganze Alphabet und das sogar zweimal. Ich habe zwei verschiedene Varianten da drauf von zwei verschiedenen Packages irgendwie, wo die Sachen gesammelt waren. Ein weiterer Nachteil von dem Teil ist eben, dass es keine SD-Karte hat. Jetzt unabhängig davon, wie viel Speicherplatz es zur Verfügung stellt, heißt das ja, man muss es, wenn man irgendwas ändern will, immer rausziehen und hier den USB-Stecker reinstecken. Da passt auch nicht jeder. Also diese gewinkelten zum Beispiel gehen nicht, weil die ja einfach hier von der Ausrichtung ja nicht passen, müssen so gerade sein. Und muss das dann da drauf kopieren, wo man hier einfach nur die SD-Karte ja rausnimmt, neu bespielt oder gegebenenfalls einfach wechselt. Also das ist von der Handhabung ein bisschen praktischer. Ist jetzt hier nicht so relevant tatsächlich, weil auf der SD-Karte ja alles drauf ist, was ich haben will. Weil hier wäre es eher relevant, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt irgendwas anderes drauf haben, muss man das Ding rausnehmen, gegebenenfalls zum PC damit wackeln, USB-Kabel rein, hin und her kopieren, wieder zum Atari gehen und wieder reinstecken. Das ist auch ein Nachteil. Also, ob es jetzt individuell ein Nachteil ist, muss jeder selbst entscheiden. Aber an sich, global galaktisch gesehen, würde ich sagen, kann man es als Nachteil gelten lassen. Ja, ansonsten ist es eine coole Sache. Wollte ich einfach nur mal vorstellen, wer sich dafür interessiert, für den ist das vielleicht eine kostengünstige und nette Lösung für den Atari 8-Bitter, da irgendwie Software drauf zu kriegen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wie gesagt, das Video zu den anderen beiden, das verlinke ich unten nochmal. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.